Yo, schön, dass ihr wieder da seid und wir starten in Kapitel 10. Es wird heute wahrscheinlich nicht so lang werden, weil es einfach ein Geschlechtsregister ist und dazu könnte man zwar viel sagen, ich habe jetzt aber nicht so viel, was ich dazu sagen kann. Es ist trotzdem, es ist was, was viele immer überspringen. Es ist trotzdem theoretisch was Spannendes und man kann sich auf jeden Fall damit länger beschäftigen, wenn man das will. Ich will einfach nur zeigen, dass es nicht langweilig ist, dass man es nicht überspringen sollte, weil es ist immer noch in der Bibel, das heißt, man kann es lesen und man kann auch was daraus lesen und daraus mitnehmen, vor allem auch in Bezug auf den Gesamtbibelkontext, aber ja, es ist jetzt, ich habe nicht so, ich bin nicht ins Detail gegangen, wie man hätte machen können. Ich bin kein Ethnologe und auch kein Etymologe, das heißt, ich kenne mich weder mit Völkern aus, noch unbedingt so sehr mit der Namensbedeutung bzw. Wortherkunft. Aber, ja, wir werden einfach zusammen das behandeln und ihr könnt ja selber da nochmal den Heiligen Geist fragen, was er euch jetzt für euer jetziges Leben mitgibt oder ob es einfach nur geschichtliche Sachen sind, die da stehen, die aber auch natürlich wichtig sind, um eben, ja, als Grundlage der Bibel oder der Wahrheit von der Bibel zu sehen. Wir starten aber erstmal mit Gebet. In Jesu Namen, ich danke dir einfach für den heutigen Tag. Ich danke dir, dass du gut bist. Ich danke dir, dass du für uns gestorben bist. Ich danke dir, dass du uns siehst. Ich danke dir, dass du, ja, uns dein Wort gegeben hast, Vater, dass wir einfach von dir hören, von dir lernen dürfen, von dir schmecken dürfen. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, fülle uns immer mehr mit deiner Weisheit. Begegne uns, dass wir nicht nur dein Wort haben und daran festhalten, sondern dass wir auch wirklich Beziehungen haben mit dir, dass wir nicht gesetzlich werden, sondern dass wir wirklich mit Freimut und Freude die Intimität mit dir genießen dürfen. In Jesu Namen. Amen. Wir starten, Kapitel 10, Vers 1. Das sind die Nachkommen der Söhne Noas, Sam, Ham und Japheth. Und es wurde ihnen nach der Sintflutsöhne geboren. Ja, einfach noch als Start sozusagen. Dann geht es erst richtig los. Die Söhne Japheth, Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech und Tiras. Das sind sechs Söhne, die dem Japheth geboren wurden. Ja, da gibt es einfach verschiedene. Das sind die meisten Söhne und Namen, die jetzt kommen, sind eben dann spätere Völker und Länder und Ortsnamen und so weiter und so fort. Das wisst ihr wahrscheinlich alle schon. Deswegen ist es ethnologisch wahrscheinlich schon eine gute Quelle oder eine herausfordernde Stelle, eine Stelle, aus der man viel lernen kann, viel lesen kann, gerade wenn man ethnologisch unterwegs ist oder ethnologisch interessiert ist. Ich gehe einfach ein bisschen durch. Nicht alles ganz genau, aber will euch einfach ein bisschen mit hineinnehmen. Gomer ist wahrscheinlich, sind es die Sküten oder manche sagen auch die Goten, also eher so europäisches, nördliche Gebiete. Also wir sind gerade bei den Söhnen Jephthas. Generell kann man wahrscheinlich sagen, Jephtha geht Richtung Norden, Richtung Europa und auch Nordasien und so weiter. Während Ham geht eher Richtung Südosten, also Afrika und so. Und Sam geht dann Richtung Osten und ist einfach auch in dieser zentralen Ecke, wenn man das Zentrum als, keine Ahnung, Israel oder sowas sieht. Also von da aus habe ich jetzt sozusagen gerechnet, weil für die Bibel natürlich Israel der Mittelpunkt ist. Wenn man jetzt eine Weltkarte zeichnen würde, eine biblische, dann müsste man wahrscheinlich Israel oder zumindest da den mittleren Osten in die Mitte machen. Und von da aus zeichnet man dann die Wege, beziehungsweise die Länder. Und deswegen ganz grob gesagt, Japheth Richtung Norden, Ham Richtung Südwesten und Sam Richtung Osten. Okay, jetzt erstmal Japheth. Der zweite Sohn wäre dann der Magog. Der wird oft erwähnt, oder was heißt oft, aber er wird ein paar Mal erwähnt, noch weiter in der Bibel, als Königreich in Zusammenhang mit Gok. Also Gok ist sozusagen der König oder der Herrscher von Magog. Und da zum Beispiel als Stelle Hesekiel 38, Vers 2. Menschensohn, richte dein Angesicht gegen Gok vom Lande Magog, den Fürsten von Rosh, Mesech und Tubal und Weissage gegen ihn. Oder Hesekiel 39, Vers 6. Und ich werde Feuer senden unter Magog und unter die, die auf den Inseln sicher wohnen und sie werden wissen, dass ich der Herr bin. Es geht hier also, was lesen wir daraus? Erstens, es gibt noch weitere Stellen im Johannes und in der Offenbarung. Wir lesen auf jeden Fall, dass sie auf Inseln wohnen, das heißt wahrscheinlich so Griechenland oder sowas. Das waren die nächsten Inseln. Und sie sind nördlich, deswegen würde es passen zu Japheth. Das heißt, ungefähr da war dann das Land Magog. Würde ich jetzt mal behaupten, wie gesagt, ich kenne mich nicht so gut aus, aber ungefähr da kann man es wahrscheinlich hinrechnen. Und es wird ein Gericht, beziehungsweise der Menschensohn, also wahrscheinlich Jesus. Wobei in Hesekiel wird manchmal auch Hesekiel als Menschensohn genannt, als Prophet, der dann gegen das Land Weiß sagen soll. Aber auf jeden Fall mit Zusammenhang von Johannes und so weiter sind es Länder, die gegen den Christus am Ende dann kämpfen werden. Und wenn wir es wirklich in Griechenland ansiedeln, was kommt aus Griechenland? Und aus Griechenland kommt die ganze griechische Philosophie, aus der dann auch der Humanismus gekommen ist. Und der für uns Europäer vor allem, beziehungsweise für uns aus den westlichen Ländern, also wenn man Nordamerika noch dazu zählt, gibt es vor allem zwei Quellen, aus denen wir schöpfen. Das ist einmal die Kultur der Philosophie und des Humanismus, eben die griechische Kultur. Und dann die Bibel. Wir sind immer noch, auch wenn es manche vielleicht leugnen sollten, aber vieles, was in unserer Kultur, in unserer europäischen Kultur, in der nordamerikanischen Kultur, ist vieles noch auf Bibel basiert, zum Beispiel die Gesetze und so weiter. Auch wenn wir uns natürlich gesellschaftlich immer weiter davon entfernen, ist es trotzdem, kann man nicht leugnen, sind das wahrscheinlich die zwei Quellen, aus denen wir schöpfen, aus denen wir geschöpft haben. Immer mehr schöpfen wir jetzt nur noch aus der einen und verdrehen ein bisschen die andere. Und deswegen, ich würde einfach das so deuten, dass diese, wenn eben Magok hier, oder diese Inseln im Lande Magok für Griechenland stehen, würde ich das eben auf diese Quelle hindeuten, die Quelle griechischer Philosophie, die Quelle Humanismus, die Quelle der Mensch steht im Mittelpunkt des Denkens, wohingegen bei der, die andere Quelle, also die biblische Quelle ist dann, Gott steht im Mittelpunkt des Gedenkens. Zum Beispiel in der Zeit der Scholastik, also so 12. bis 11. Jahrhundert, hat man noch versucht, diese beiden Quellen möglichst harmonisch zusammenzuführen. Dann, wir wissen es alle, im Mittelalter ist man dann sehr weit weggekommen von der, ja, von der griechischen Quelle sozusagen, hat sich versucht, nur noch aus der biblischen Quelle, wobei es ganz verdreht war, weil es eben dann auch noch geprägt war von den, ja, von den kulturellen Einflüssen der heidnischen Völker und ist dann ganz komische Sachen entstanden im Mittelalter. Dann wieder Aufklärung, wo man sich zurückerinnert hat auf das griechische Denken und seitdem eigentlich nur noch in Richtung des griechischen Denkens wieder geht und die biblische Quelle eben gar nicht mehr draus schöpft. Ob es jetzt gut ist, aus beiden Quellen zu schöpfen, ist eine Sache. Biblisch gesehen, natürlich sollten wir nur aus der Bibel schöpfen, aber wir dürfen natürlich auch vieles lernen aus der anderen Quelle. Nur müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht, ja, betrinken mit dem Wasser der anderen Quelle, denn die andere Quelle, also die griechische Quelle, die Philosophie Quelle, die Humanismus Quelle ist eine Quelle, die uns immer wieder durstig macht, egal wie oft wir davon trinken, wohingegen die biblische Quelle, ja, ist ein, ist lebendiges Wasser. Jesus sagt es, ich bin das lebendige Wasser. Wer von mir trinkt, wird nicht mehr dürsten. Und deswegen will ich einfach ermutigen, dass wir lernen, aus dieser Quelle zu schöpfen und nicht aus der anderen Quelle, die eben aus dem Königreich Margot kommt und am Ende dann gegen Christus kämpfen wird. Das heißt, am Ende wird sich entscheiden, welche Quelle, welcher Springbrunnen, welches Wasser ist das, was, ja, was übrig bleiben wird. Und natürlich wissen wir alle, Christus wird der Sieger sein am Ende. also er hat schon gesiegt, am Kreuz natürlich, aber, ja, wir, wir leben immer noch in einer gefallenen Welt und der Endsieg, der schlussendliche Sieg, der wird zur Zeit der Offenbarung geschehen und da wird sich dann auch trennen, die Spreu vom Weizen und eben auch diese, wer zu welcher Quelle gehört, hast du aus, hast du immer nur aus der, ja, aus der Quelle geschöpft, die, die dich wieder durstig gemacht hat. Also aus der, aus, aus dem Denken, dass du im Mittelpunkt stehst, aus dem Denken, dass der Mensch im Mittelpunkt steht, aus dem Denken, dass es, ja, das ist, dass man alles materiell erdenken kann oder erklären kann oder hast du aus der anderen Quelle geschöpft, wo einfach Gott im Mittelpunkt steht, wo du dich Gott hingegeben hast, wo du Gott dich anvertraut hast und es gibt auch eine andere Bibelstelle, wo es heißt, wer lauwarm ist, den spei ich aus, da geht es auch darum, hast du, hast du aus dem heißen oder hast du aus dem kalten Wasser geschöpft oder hast du aus beiden Wassern geschöpft, wenn du aus beiden Wassern schöpfst, dann wirst du eben lauwarm. Deswegen ist es weder gut, nur aus der griechischen Quelle zu schöpfen, noch ist es gut, wenn wir aus beiden Quellen schöpfen, sondern eigentlich sollen wir nur aus der Bibel schöpfen, weil das die einzig wahre Quelle ist und die Quelle, die uns schlussendlich erfüllen kann. So, das war jetzt ein bisschen über Magok. Keine Sorge, die anderen werden wahrscheinlich nicht so ausführlich behandelt. Der nächste Sohn, der dritte Sohn von Japheth ist dann Madai, wahrscheinlich der Stammvater der späteren Meder. Ihr wisst es, auch biblisch gesehen natürlich, zum Beispiel der Traum von den Bukadnezar mit Babylon, mit Assyrien, mit den Medern, mit den Griechen, die alle in diesem Traum enthalten waren und Meder hier als ein Volk, das eben eine Eroberung machen wird, aber dann auch wieder fallen wird durch die Griechen oder von den Griechen besiegt wird. Das heißt, nur ein kurzzeitiges Hoch haben wird. Dann der vierte Sohn, Javan. Ob der mit der Insel Java im Pazifik ist, glaube ich, im Zusammenhang steht, weiß ich nicht. Wäre cool, aber wie gesagt, weiß ich nicht. Der fünfte Sohn, Tubal, das ist einfach ein Volk nördlich von Israel. Wie weit nördlich, ist, glaube ich, nicht ganz klar. Dann der 1, 2, 3, 4, sechste Sohn, Meshech und der letzte Sohn, dann Tiras, auch das wieder Völker einfach. Wir sehen relativ viele Völker, die sich einfach weit ausgebreitet haben. Falls ihr es noch wisst von der letzten Folge, Jaffet heißt weite Ausbreitung. Deswegen sagt man, dass eben die europäischen und die nordasiatischen, also Russland und vielleicht auch China, das weiß ich nicht, wahrscheinlich alles Nachkommen von Jaffet sind, also sehr, sehr weites Gebiet hat, sehr weite Ausbreitung hat, wahrscheinlich auch sehr viel gereist ist und ja, deswegen einfach dieser Name Jaffet und so viele Söhne auch, die dann verschiedene Völker gebildet haben und hervorgebracht haben. Es werden dann noch in den Versen 3 und 4 werden dann noch von zwei von Jaffets Söhnen nochmal die Söhne erwähnt, das heißt die Enkel von Jaffet, aber nur von zwei seiner Söhne, nicht von allen, das wäre einmal von von Gomer, das wären dann die Enkel von Jaffet, Aschkenas, Rifat und Togarmah. Das sind einfach auch wieder weitere Völker, weitere Länder, weitere Ortsnamen. Dann als zweiter Sohn, wovon dann die Enkel, also Jaffets Enkel erwähnt werden, das sind von seinem Sohn Javan, dessen Söhne sind Elisha, Tarsis, Kiritea und Rodanita. Tarsis kennen die meisten hoffentlich einfach auch wieder ein Ort, ein Land, ich glaube im Mittelmeerraum. Die Kiritea auch ein Land im Mittelmeer, wahrscheinlich Zypern, also die Insel Zypern, und dann als letztes noch die Rodanita, die sogar bei Homer beschrieben werden oder erwähnt werden. Homer für alle, die es nicht wissen, einer von den wahrscheinlich der größte griechische Autor, er hat Ilias und Odyssee geschrieben, Ilias ist die Geschichte mit dem Kampf um Troja und Odyssee ist halt die Geschichte mit Odysseus, also sozusagen die Fortführung von der Geschichte oder dem Kampf um Troja, also wie er dann wieder zurückkommt nach Hause nach diesem Krieg. Ja, ich hoffe, das sind Begriffe für euch und auch er hat wie gesagt dann die Rodanita erwähnt, was eigentlich cool ist, dass auch außerbiblische Quellen zu biblischen Figuren und biblischen Ländern und biblischen Erwähnungen da sind. Daran merkt man einfach ja wie wie großartig die Bibel ist und dass sie nicht nur in sich Sinn macht, sondern auch Sinn macht, auch wenn man den Blick auf andere Autoren und Schriftsteller und Quellen richten würde. Dann steht in Vers 5 Von diesen haben sich die Bewohner der Inseln der Nationen in ihren Ländern ausgebreitet, jeder nach seiner Sprache und nach seiner Sippe in ihren Völkerschaften. Das sind also die Söhne von Japheth, die wie gesagt hauptsächlich da Richtung die Inseln, also wahrscheinlich so die griechischen Inseln und so weiter im Mittelmeer, aber auch noch viel weiter nördlich Richtung Europa und dann eben auch das nördliche Asien im Laufe der Zeit gewandert sind. Dann kommen wir schon zum nächsten Sohn von Noah dem Ham der hat auch wieder Söhne natürlich da wären einmal Kusch Mitzrayim Put und Kana an auch das natürlich wieder Länder und Völker und so weiter Kusch bedeutet also namensbedeutungsmäßig etymologisch bedeutet schwarz oder schwarzer das einfach wahrscheinlich als ja als Hindeutung oder als als zeigen dafür dass wahrscheinlich Afrika und so weiter zu den Nachkommen Hamz gehört und hier eben auch das Königreich Kusch das auch ja einfach damals ein Königreich war das es heute nicht mehr gibt ein weiteres ein weiteres Kind von Ham ist Mitzrayim was mit doppelt Ägypten übersetzt werden kann was wahrscheinlich für Unter- und Oberägypten steht also auch da wieder ein afrikanisches Land dann Put ist auch ein Land und natürlich das was dann vor allem später im Laufe der Bibel noch sehr sehr wichtig wird ist das Land Kanaan was da liegt wo heutzutage Israel liegt und wo dann eben die Israeliten eingenommen haben durch dann verschiedene Verheißungen zu denen wir alle noch kommen werden und auch hier wer sich erinnert an das letzte Kapitel den Fluch von Noah dass die Söhne oder das Ham den anderen Söhnen dienen wird ist wahrscheinlich schon als erste Hindeutung dafür dass eben Kanaan hier einerseits zum größten Teils erobert wird andererseits die Menschen die nicht getötet wurden mussten dann eben Israelinen als Wasserträger oder als Baumschneider oder was auch immer und deswegen einfach hier schon in diesem Fluch enthalten der dann so viele Generationen später immer noch wirksam ist und ich habe letztes Mal schon drüber geredet über die Macht von Flüchen dass man eben das vor Augen haben sollte dass Worte Macht haben dass Flüche Macht haben dass Segen Macht hat und man ja einfach damit verantwortungsbewusst umgehen sollte und nicht ausnutzen soll vor allem Flüche nicht weil im neuen Testament steht auch wir sollen selbst unsere Feinde segnen das heißt wenn wir selbst unsere Feinde segnen unsere Freunde werden wir wahrscheinlich so oder so segnen es heißt es bleibt niemand mehr übrig den wir überhaupt verfluchen sollen es gibt auch Stellen wo es heißt nicht mal der Engel Michael hat es gewagt den Satan zu verfluchen und wenn es nicht mal der Engel Michael wagt wie viel weniger sollen wir es wagen denn auch wenn der Satan zwar uns angreift ist es schlussendlich eigentlich Gottes Feind und nicht unbedingt unser Feind und deswegen wird sich auch Gott darum kümmern und es ist unsere Aufgabe eigentlich nur in Gottes Gegenwart zu sein an Gottes Seite zu sein auf Gottes Schoß zu sitzen auf dem Schoß des Vaters zu sitzen und einfach zu genießen und uns keine Sorgen zu machen gegen wen wir kämpfen müssen weil der Vater wird früh uns kämpfen und er ist der Sieger und der Sohn Jesus hat schon gesiegt am Kreuz ich habe es vorhin schon erwähnt und deswegen auch Jesu Blut hat die Macht Flüche zu brechen das haben die leider damals noch nicht gehabt deswegen hat das so viele Auswirkungen gehabt und Kana noch viele Generationen später eben die Wirksamkeit des Fluches den Noah ausgesprochen hat noch zu spüren bekommen wir kommen dann zu den Enkeln von Ham sozusagen da werden einmal die Söhne von Kusch Seba Havila Saptar Raghma Saptar Techa erwähnt dann die Söhne von Raghma sind Saba und Dedan das heißt er hat einmal Ham hat einmal einen Enkel der Seba heißt und einmal einen Urenkel der Seba heißt weiter heißt es auch noch von Kusch also von Ham Sohn dass er einen Sohn zeugte namens Nimrod in Vers 8 Kusch zeugte den Nimrod der fing an ein Mächtiger auf der Erde zu sein und war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn daher sagte man ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn wie Nimrod und der Anfang seines Reiches war Babel Erech Akkad und Keine im Land China von diesem Land kam er nach Assur und baute Niniveh Rehoboi ihr und Kellech dieser Nimrod ist also eine sehr sehr wichtige Figur gewesen anscheinend in Vers 8 die Erwähnung der fing an ein Mächtiger auf Erden zu sein oder andere Übersetzung Gewaltiger dieses Wort Gewaltiger oder Mächtiger ist auch dasselbe Wort was auch in Kapitel 5 mit den mit den als die Engel beziehungsweise die Gottessöhne aber wie gesagt ihr wisst es jetzt ich bin davon eher überzeugt dass es die Engel also dass Engel sind gefallene Engel deswegen werde ich wahrscheinlich nur noch das erwähnen falls wir noch öfters darüber reden sollten zu den Menschen Töchtern eingingen und daraus eben diese Riesen diese Nephilim Zeugen die auch die Helden der Vorzeit und dieses Helden der Vorzeit ist dasselbe Wort wie hier diese Gewaltige oder Mächtige andere sagen auch die Tyrannen er war also der wahrscheinlich der erste Tyrann oder vielleicht eben auch nicht der erste Tyrann zumindest der erste nach der Sintflut und er war wahrscheinlich der erste der sowas wie ein König war und sowas wie ein ja ein großer Herrscher Kaiser wie auch immer man es nennen will Eroberer davor eben vor der Sintflut gab es die zwar die gefallenen Engel und vielleicht auch die Riesen und eben auch andere Tyrannen aber aber nicht in diesem großen Stil wie Nimrod aber wahrscheinlich wie gesagt Nimrod weil da eben das gleiche Wort erwähnt wird mit Gewaltiger und Helden der Vorzeit also das gleiche Wort wie vor der Sintflut könnte man sagen dass Nimrod auch einer von den Abklömmlingen der Engel war also entweder hatte er noch so eine Art DNA in sich die dann eventuell von einem einer der Frauen von von den drei Söhnen war in dem Fall wäre es ja sozusagen die Frau von Ham gewesen die sozusagen DNA hatte noch von den Engeln also wenn man es jetzt biologisch erklären will und deswegen ihr Sohn dann beziehungsweise ihr Enkel Nimrod wird der dann einer dieser gewaltigen Herrscher sein kann oder sein wird und war Nimrod auch ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn wo es sogar dann einen Ausspruch gab den man immer wieder verwendet hat wir können es im Vers 9 nachlesen ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn wie Nimrod also es war irgendwie ein gängiger Spruch sowas wie ja iss deine Suppe leer sonst endest du wieder Suppenkasper oder wie auch immer vielleicht sowas auch spannend natürlich und passt auch ein bisschen zu seinem Leben ist die Bedeutung von seinem Namen als sich empören man sagt auch oder man vermutet dass sein Name auch von einem ja einfach aus dem akkadischen von einem Gott her stammt von einem Jäger Gott natürlich sagt man wenn man weil man ja oft die Bibel nicht biblisch erklären will sondern akademisch kommt man dann mit ja okay das sind einfach hier wohl vermischt von verschiedenen Religionen und so weiter ich glaube aber wie gesagt der Bibel deswegen denke ich eher dass die verschiedenen Religionen das aus dieser Person raus haben und sich dann auf verschiedene Aspekte dann konzentriert haben und weil er eben ja wahrscheinlich göttliches Blut in Anführungszeichen hatte also dieses Engelsblut diese Engelsdna auch wirklich nicht nur durch seine Taten gewaltig war sondern auch wirklich gewaltig von seiner Biologie her könnte ich mir vorstellen auf jeden Fall sein Name sich empören er empört sich hier in gewisser Weise über Gott fast schon er fängt an viele Sachen zu bauen zum Beispiel Babel Erech Akkad wie gesagt von Akkadien dann Keine und Shinar außerdem Assur beziehungsweise nicht Assur sondern in Assur baut er Ninive Rehobot Ir und Kelach Assur kommen wir gleich noch bei den Söhnen von Sam also das Land kommt zwar von den Söhnen von Sam aber Nimrod baut dort verschiedene Städte und wie gesagt zwei von diesen Städten sind auf jeden Fall bekannt die meisten von euch das ist einmal Babel zu der Geschichte kommen wir im nächsten Kapitel was da alles passiert ist aber ihr wisst es schon spannend auf jeden Fall dass Nimrod das erbaut hat beziehungsweise gegründet hat und die andere Stadt ist Niniveh auch die kennen wir aus dem Buch Jona dazu kommen wir auch viel später auch die steht für ja einfach für Menschen die sich abgewandt haben von Gott und deswegen auch wahrscheinlich Nimrod der hier als Herrscher sich überhebt er will der sein der vielleicht auch sogar angebetet wird wir wissen für alle die sich auskennen mit Geschichte und so weiter viele Herrscher teilweise noch bis in die heutige Zeit lassen sich dann verehren fast schon vergöttlichen zum Beispiel auch bei Nebukadnezar eine riesige Statue gemacht auch andere Herrscher haben Statuen von sich machen lassen haben sich gleichgesetzt mit Göttern oder haben gesagt sie stammen von Göttern ab bei manchen wie gesagt könnte ich mir sogar vorstellen dass es in gewisser Weise gar nicht mal so weit her geholt war wie zum Beispiel bei Nimrod der eben wahrscheinlich vermute ich ein Sohn von oder zumindest DNA von Engeln hatte weil er eben weil hier das gleiche Wort benutzt wird wie vor der Sintflut ein gewaltiger auf Erden beziehungsweise ein Held der Vorzeit ein Tyrann und wir wissen auch dass später in der Bibel auch nach der Sintflut gibt es noch Riesen wie zum Beispiel Goliath auch da muss man sich fragen woher kommen die ist es entweder weil die Engel wieder auf die Erde kamen könnte man natürlich sagen oder ist es weil eben diese DNA diese göttliche in Anführungsweise diese Engels DNA diese gefallene Engels DNA noch in den Menschen enthalten war auch über die Sintflut hinweg durch zum Beispiel eine der Frauen von Noah also weil ich vermute jetzt mal nicht dass Noah es hatte vielleicht hatte es Noahs Frau aber auf jeden Fall und damit dann auch die Söhne aber auf jeden Fall ja könnte es sein hier zum Beispiel die Frau von Hamm wir ob die da noch was mit getragen hat dass die Sünde eben oder nicht nur die Sünde aber diese diese unglaubliche Gräuel gegen Gott noch weiter getragen wurde auch über die Sintflut hinweg der nicht ausgelöscht wurde weil Gott durch seine Gnade es zugelassen hat dass eben so viele noch überleben und dass ja wie er dann am Ende gesagt hat er hat sich selber dann die Grenze gesetzt er hat erkannt okay der Mensch ist einfach sein Trachten ist böse und hat dann man könnte jetzt sagen leider nicht alles böse ausgelöscht andererseits auch gut gut weil sonst wären wir halt auch alle ausgelöscht ich wäre der erste der ausgelöscht werden würde aber auf jeden Fall kann man sich diese Frage stellen ob Nimrod ein Nachkomme von den Engeln ist von dieser gefallenen Engelszeit vor der Sintflut oder nicht auf jeden Fall wissen wir er war ein Herrscher und auch da was können wir da mitnehmen für unser heutiges Leben es gibt viele charismatische Personen die einfach ja gut mit Menschen umgehen können teilweise auch Menschen beeinflussen und ich weiß jeder von euch würde sagen nein ich lasse mich nicht beeinflussen aber ich will einfach wieder hindeuten ich habe schon mal getan ihr müsst euch einfach nur ein Konzert anschauen oder ja an irgendwelche Schauspieler oder irgendwelche andere berühmte Menschen VIPs sozusagen denken und ja ihr werdet erkennen dass jeder von den hat Fans und das ist eigentlich nicht gut und wenn ihr einer von diesen Fans seid dann ja ich will euch einfach sagen ihr braucht nicht Menschen zu verherrlichen aber ich weiß Gott hat uns geschaffen um anzubeten die Frage ist was beten wir an manche beten in gewisser Weise sich selber an indem sie sagen hey ich stehe im Mittelpunkt ich bin ich bin mein eigener Gott ich kann entscheiden und so weiter andere beten wie gesagt berühmte Persönlichkeiten an und die Frage ist sollten wir das zu was führt uns das im Endeffekt wird uns du wirst sterben das heißt es bringt dir nichts dich anzubeten auch diese berühmten Menschen werden sterben das heißt es bringt ja auch nichts die anzubeten der einzige der nicht vergeht ist Gott deswegen sollten wir Gott anbeten Jesus der wieder von den Toten auferstanden ist sollten wir verherrlichen und auch hier alle Leute die sich damals wahrscheinlich auf Nimrod gestützt haben der zwar für sie große Städte erbaut hat Städte heißt auch immer ein Ort wo Menschen zusammen kommen aber leider in Städten und wo viele Menschen zusammen kommen ist nicht immer positiv auch Globalisierung jetzt gerade die läuft ist nicht unbedingt immer hat nur positive Seiten ihr wisst ist alles aber hier Nimrod der eben diese Städte erbaut der die Menschen zusammen führt was geschieht wenn Menschen zusammen geführt werden sie wir kommen im späteren Kapitel noch dazu sie ermutigen sich gegenseitig auch im Bösen zu tun es ist nicht immer nur positiv deswegen Nimrod hier als wichtige Person aber wir wollen weitermachen auch wenn man noch viel über Nimrod sagen könnte ich will einfach wenn ihr wenn ihr diese ganzen Videos die ich mache nehmt als Vorbereitung für Inputs oder als Ideenquelle für Inputs dann fände ich es auf jeden Fall mal spannend einen richtigen ausgefeilten Input über Nimrod zu hören eine Person die oft beziehungsweise das ganze zehnte Kapitel ist oft eher ein Kapitel was schnell gelesen wird oder fast schon überlesen wird oder gar nicht gelesen wird deswegen auch Nimrod eine Person die viele nicht kennen auch wenn sie eigentlich wichtig ist vor allem auch für das spätere Kapitel das spätere Kapitel ist eher wieder ein bekanntes Kapitel was teilweise auch im Kindergottesdienst kommt aber finde ich was man erst richtig versteht wenn man zum Beispiel so Personen wie Nimrod kennt auf jeden Fall hat er gründet er solche Reiche wie Akazien und Babel und so weiter die anderen etwas unbekannter aber auch auf jeden Fall Reiche und Länder und Völker wie alles hier im zehnten Kapitel die die Söhne von Mitzrayim also die anderen Enkel von Ham auch wieder irgendwelche Völker die Luditer die Anamiter die Lehabiter die Neftuhiter teilweise bei diesen ganzen Völkern die ich hier vorlese und die hier stehen weiß man ungefähr wo die gab weil sie später auch noch wichtig wurden andere sind dann schnell wieder gefallen und weiß man heutzutage nicht mehr richtig wo die waren oder was die gemacht haben oder ob die irgendwelche für die Geschichte der Welt irgendwelche hilfreichen Erfindungen gemacht haben oder was auch immer oder Sprachen oder Schriften hatten all das ist bei vielen dieser Völker nicht mehr ganz so bekannt bei manchen schon manche sind bekannter manche eben weniger bekannt was teilweise schade ist aber andererseits kann man sagen okay da kann man noch viel entdecken gerade wenn ihr irgendwie archäologisch unterwegs seid oder archäologisch interessiert seid und irgendwie ein Thema braucht und euch denkt Römer machen so viele Griechen machen so viele selbst Majas machen so viele ich will irgendwas neues machen müsst ihr einfach nur euch in das zehnte kapitel hier einlesen und ihr werdet sicherlich Völker finden die noch keiner entdeckt hat oder die man heutzutage nicht weiß woher sie kommen und es wäre cool wenn ihr dadurch ermutigt werdet euch da auf eine Art Schatzsuche zu machen und dabei natürlich noch ein Stück weit mehr die Bibel beweist um für Menschen die nicht an die Bibel glauben einfach es leichter zu machen die Glaubhaftigkeit der Bibel zu unterstützen es werden dann noch viel mehr Söhne und Enkel von Ham und so weiter aufgezählt ich habe schon gesagt Kanaan ist später ein sehr wichtiges im späteren Verlauf sehr wichtig das auch dann in Vers 19 und die Grenzen der Kananiter waren von Sidon an nach Gerar hin bis nach Gaza nach Sodom Gomorra Atma Suboyim und bis nach Lesher also Sodom und Gomorra auch das eine nicht unbekannte nicht unbekannte Namen vor allem für die 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 Bibel schon besser kennen auch das gehört zu den Kananitern das heißt zu den Nachkommen von Ham und auch da sehen wir einfach dann oder werden wir später sehen die Macht des Fluches die da leider drauf lag und die eigentlich gebrochen werden hätte müssen durch Jesus deswegen ist es wirklich ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt aber es ist wirklich wichtig dass ihr Flüche brecht und ihr wisst nicht welche Flüche oder teilweise wissen wir leider nicht welche Flüche in unserem Leben wirksam sind ob die schon von Eltern von Großeltern von Großgroßeltern gekommen sind oder nicht aber Jesus kann das brechen deswegen ja legt es einfach alles Jesus hin legt alles Gott hin und markiert euch mit dem Blut von Jesus denn er ist für euch gestorben auch um die Macht der Flüche in eurem Leben zu brechen das ist sehr wichtig dann kommen wir zu den Söhnen von Sam Sam dem Vater aller Söhne Ebers dem älteren Bruder Japhets also Sam war der ältere anscheinend wurden auch Söhne geboren das sind die Söhne Sams Elam Asur Arpashat Lud und Aram auch das sind alles wieder ähm bekanntere Namen also vor allem Elam Asur und Aram sind relativ bekannte Orte oder Länder oder Gebiete oder Völker oder Sprachen also das Aram von dem wahrscheinlich das Aramäisch kommt das heißt wir sehen dass die Nachkommen Sams waren unter anderem Aramäer Israel ist ja kommt ja auch aus dem Aramäischen durch Abraham und so weiter wobei Abraham kein Nachkomme von Aram war trotzdem hat er wahrscheinlich dieselbe Sprache Assur was dann wahrscheinlich Assyrisch auch sehr ähnlich zu Aramäisch und dann natürlich auch die beiden sozusagen und Elamitisch die drei sozusagen auch als Vorfahren sprachlich gesehen von Hebräisch das dann später dann die Juden übernommen haben aber wie gesagt wahrscheinlich ganz am Anfang so gerade Abraham und so weiter hat er sowas wie entweder eine Mischung oder aus Aramäisch Assyrisch und Elamitisch oder eben ganz Aramäisch oder was auch immer dann die Söhne von Sam oder die Enkel von Sam von seinem Sohn Aram waren Utz Hul Gether und Masch Hier will ich einfach nur auf Utz eingehen für die 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 Bibel schon besser kennen Utz ist das Land aus dem Hiob kommt auch eine relativ berühmte Person in der Bibel auch alle Nichtchristen kennen zumindest wahrscheinlich den Ausspruch eine Hiobs Botschaft verkünden was einfach eine schlechte Nachricht ist und wie gesagt dieser Hiob der kommt aus dem Land Utz und jetzt ist die Frage es gibt nämlich später noch mehr Utz also Personen die Utz heißen ob jetzt Hiob von diesem Utz kommt also ob das Land nach dem ersten Utz benannt ist oder erst nach späteren Utz generell die Geschichte von Hiob ist weil man die ansiedeln kann ob man sie vor der Sintflut ansiedelt oder nach der Sintflut Hiob wurde relativ jung für vor der Sintflut und relativ alt für nach der Sintflut weil die meisten nur noch 120 Jahre alt wurden deswegen wahrscheinlich war er kurz nach der Sintflut würde ich jetzt einfach mal datieren er wurde wahrscheinlich so was mit 200 ungefähr man weiß es nicht ganz genau es steht nur dran dass nach seinem Leiden er noch 130 Jahre gelebt hat und eben dann noch mal seine Kinder gezeugt hat die er hatte am Anfang verloren aber egal dazu kommt er später auf jeden fall würde ich sagen dass dieser Utz also der Sohn von Sam das Land benannt hat und dass dann ein oder zwei Generationen später Hiob dort gewohnt hat vielleicht als Enkel oder Ur-Urenkel von diesem Utz und damit als Ur-Ur-Urenkel von Sam also auch ein semitischer Mensch war was insofern Sinn macht weil er ja Gott kannte wobei andere wahrscheinlich auch Gott kannten aber er auch sogar eine gute Beziehung hatte mit Gott und das wahrscheinlich darauf hindeutet dass er ein Semit war und deswegen von diesem Utz wahrscheinlich abstammt und wir kennen auch aus dem Buch Hiob ich habe es in einem der vorherigen Kapitel schon mal erwähnt mit wo sind die Dinosaurier ihr könnt gerne dass da eben diese zwei mächtigen Tiere Behemoth und Leviathan beschrieben werden und das wahrscheinlich dann auch als Beweis dafür ist dass wenn es Dinosaurier gab zur Zeit der Menschen also wenn sie nicht schon vor Adam ausgestorben sind dann sind sie sicherlich nicht bei der Sintflut ausgestorben zumindest die meisten nicht sondern sie wurden dann auch mitgerettet und waren dann auch für Leute wie Hiob der wie gesagt wahrscheinlich nach der Sintflut erst gelebt hat trotzdem noch bekannt also erkannte die noch dann Arpashat ein anderer Sohn von Sam zeugt auch viele Kinder unter anderem den Eber der Eber hatte zwei Söhne der eine hieß Pelek und der andere hieß Joktan Pelek wird noch hier erwähnt in Vers 25 einer hieß Pelek weil zu seiner Zeit die Erde zerteilt wurde und sein Bruder hieß Joktan diese kurze Zusatz zu dieser Zeit wurde die Erde zerteilt kann man jetzt auf verschiedene Sachen hindeuten entweder eben auf diese Spaltung der Völker dass eben eine Ausbreitung stattgefunden hat während vielleicht vor der Sintflut erdzentral die Leute gewohnt haben wobei das weiß man nicht genau ob die schon davor sich ausgebreitet haben auf jeden Fall sind die dann so oder so gestorben das heißt sie mussten sich nochmal neu ausbreiten nach der Sintflut ob das jetzt hier gemeint ist bei Pellek oder eben was anderes was ich mir auch vorstellen könnte ist wenn das wirklich so stimmt mit diesem was Geologen und so weiter sagen mit dass es ein Urkontinent gab wo halt alle Landmasse oder fast alle Landmasse verbunden war und die sich dann im Lauf der also die seien Millionen Milliarden Jahre keine Ahnung wie lang auseinander getrifftet ist durch die Kontinentalplatten verschiebung ich vermute mal dass es wie gesagt biblisch nicht so lange gedauert hat aber auf jeden Fall wahrscheinlich dann wenn es so eine Auseinandertreibung gab und es eine Urkontinent gab dann wahrscheinlich zu dieser Zeit von diesem Pellek dass da irgendwas entstanden ist irgendein Bruch der eben schneller war als wir oder als die Geologen behaupten und nicht über Millionen Jahre sondern vielleicht schon in dieser einen Generation statt gefunden hat und ab da an erst Schiffe notwendig waren und davor gar keine Schiffe notwendig waren sondern man alles zu Fuß machen konnte was natürlich einfacher gewesen wäre für die ganze Völkerwanderungs Geschichten und deswegen biblisch einfacher aber natürlich heißt es nicht dass es einfach ist die Wahrheit ist ich sage nur ich könnte es mir vorstellen dass eben zu dieser Zeit von diesem Pellek die Kontinente auseinander getriftet sind und sich so die Erde dann ungefähr so angeordnet hat wie sie heutzutage ist natürlich ist die immer in Bewegung deswegen ist es schwierig zu sagen aber eben dass es dann verschiedene Kontinente gab weil wir wissen auch am Anfang als Gott in der Schöpfung gab es eine heißt es oder kann man rauslesen es gibt eine große Landmasse und der Rest ist Wasser aber man kann theoretisch auch lesen dass es mehrere Landmassen gibt wie auch immer auf jeden Fall wenn es ein Urkontinent gab wurde er wahrscheinlich zu dieser Zeit geteilt und wahrscheinlich nicht über Millionen Jahre sondern in dieser einen Generation dieses Pelex beziehungsweise schon seinem Vater weil sein Vater hat ihn ja danach benannt der Joktan hat sehr viele Kinder die ich jetzt nicht alle vorlesen werde 13 sind es glaube ich beziehungsweise sehr viele Söhne Kinder haben die wahrscheinlich eh noch mehr gehabt weil die Töchter meistens nicht erwähnt werden aber auf jeden Fall die Söhne werden immer erwähnt deswegen 13 Söhne dann in Vers 30 lesen wir ihre Wohnsitze ihre Wohnsitze waren von Mesha an bis man nach Sefar kommt an das Gebirge im Osten das sind die Söhne Sems nach ihren Sippen nach ihren Sprachen in ihren Ländern und ihren Völkerschaften bis an das Gebirge im Osten was das welches Gebirge da genau gemeint ist wissen wir nicht oder weiß ich nicht vielleicht wisst ihr Gott weiß es auf jeden Fall ich könnte mir vorstellen dass vielleicht Himayala Gebirge gemeint ist das heißt die Söhne Sams sind schon sehr weit in Osten reingegangen wobei so weit jetzt auch wieder nicht weil Alexander der Große hat gezeigt dass man auch in wenigen Jahren sehr viel erobern kann und auch er ist fast so weit gekommen das heißt über mehrere Generationen können die Leute auf jeden Fall so weit sich ansiedeln und Dörfer und Städte gründen letzter Vers 32 das sind die Sippen der Söhne Noas nach ihren Abstammungen in ihren Völkerschaften von ihnen aus haben sich nach der Sintflut die Völker auf der Erde ausgebreitet hier also ja einfach als Schluss nochmal diese ganzen Länder und Sprachen und so weiter die nachkommen und dann auch die Völker die dann nach diesen Söhnen benannt werden die Clans und Sippen und was auch immer und Nachkommen von Noa eben die dann die ganze Welt wieder besiedeln ich hoffe ihr habt ein bisschen was mitgenommen ich hoffe es war nicht allzu langweilig ich weiß solche Kapitel wo es nur um Geschlechtsregister geht sind meistens relativ langweilig ich habe versucht es einigermaßen gut zusammenzufassen ein bisschen was rauszuholen auch für uns heutzutage und ja ich wünsche euch einfach noch eine schöne Woche hört gern noch wenn ihr es noch nicht getan habt die anderen Kapitel an empfehlt es auch gerne anderen Leuten weiter liked und kommentiert wenn ihr das wollt es kostet nix und tschüss und Amen Amen Untertitelung des ZDF, 2020